So, hallo YouTube. Wir spielen separate ways. Let's go. Assistiert, bitte assistiert mir. Wir machen Standard. Lois. Los, Los, Los. Ah, 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 ah. Der nächste Tanz gehört wohl mir. Ich erkenne Adon. So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja, genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein, der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Gott, ich liebe jetzt schon alles. Ey, wirklich, was ist das? Ist ein Stück. Warte! Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Ich liebe jetzt schon alles, ganz ehrlich. Scheiß auf Leon, scheiß auf Ashley, okay? Das sind die beiden blöden Charaktere aus Resident Evil 4. Ich weiß, Leon-Fan, Boys, Girls, es tut mir leid. Ist aber so. I don't speak bullshit. I only speak facts und so, ne? Aber jetzt spiele ich die Beste der Besten und habe den coolsten Begleiter gerade. Ich liebe jetzt schon alles. Ich liebe ihn. Ich bin so glücklich mit der Auswahl jetzt. Meine Maus ist zu langsam. Hallo? Sir? Ich habe echt viel Money. Warte, Louis! Hast du eine Waffe dabei, Louis? Oh Gott. Willst du denn jetzt Türen öffnen? Hä, ich hab Louis. Er ist ein Gentleman. Der kann auch Türen öffnen. Keine Sorge. Tötet sie! Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Heute Abend gibt's Hummer. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein... Wow! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Ey Leute, ich bin nicht darauf vorbereitet. Können wir erst mal mit normalen Op... Äh, Opfern. Geht's daran fangen. Ach so. Sag doch, dass das ein Film ist. Hättest mich viel entspannter zurückgelehnt. Danke. War easy. Hast du gerade meine Muni ver... Oh Gott, ich weiß nichts mehr. Okay. Leertaste. E-Ausweichen. Okay. Oh. Ich hab Leertaste gedrückt. Shit. Ich würd vor allem die Grafik gerne runterschrauben. Weil an sich... Also bei mir ruckelt nichts, aber... Also mein OBS ist wieder am... Am meckern. Ich seh nix! Was? Was ist jetzt? Drogentrip. Oh! Oh mein Gott. Bilde ich mir das ein? Okay, ein Schnitt reicht. Oh Gott, was ist denn? Leute, ich will das nicht. Okay, der ist der Richtige. Und komm ja nicht wieder. Ja, bitte. Kann ich meine Maus auch wieder auf... Normale Geschwindigkeit stellen. Oha! Okay, wartet. Oh Gott, die Steuerung. Das ist ewig her. Ich hatte vielleicht davor... Irgendwie... Irgendwie... Also... Vielleicht müssen wir es mal ganz kurz angucken sollen. Also nicht das DLC, weil das kam ja erst raus, aber... Also... Einmal kurz mit Leon... Einloggen. Hier gibt's noch mehr Lut. Lut ist immer wichtig. Da hinten ist Lut. Vor allem, ich hab nur ein Kraut bisher. Rohstoffe. Oh, ich hab ein Heilspray dabei. Wofür waren nochmal Rohstoffe? Mit Schießpulver. Ah. Ach, das hier, okay. Alles gut. Sehr gut. Der Profi braucht doch kein Training. Ja, Ada vielleicht nicht. Ich schon. Nur so eine Frage. Okay, aber die andere Frage, komm ich... Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich hör dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Ist das dieses Augmented Reality? Ganz ehrlich, Wesker ist schon... Also, Wesker hat sehr viele Sims, oder? Oh nein, die singen... Ich hör die doch schon wieder. Ja. Gern geschehen, Ada. Ich helfe dir gern. Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Nettes Spielzeug. Und ein gefährliches dazu. Ich schreib mal einen Gruß. Hallo? War das jetzt alles? Und vergiss nicht, der Bernstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Ich hätte ins Verlies gekonnt. Verstanden. Aber ein bisschen Sightseeing wird doch erlaubt sein. Oh, wie cool. Oh. Ihr Hintern wackelt. Ihr Hintern hat Physik. Wow. Oh Gott. Ich dachte, ich renne dagegen. Ich habe Muni gefunden. Das hat sich jetzt schon alles gelohnt. Aber das ist nicht das Verlies. Ach, da kamen wir. Ach, wir kamen aus dem Verlies. Mann. Okay, alles gut. Alles gut. Ich bin wieder da. Aber kam ich hier hin? Falsche Richtung. Tut mir leid. Danke. Danke. Ich dachte, wir kamen irgendwo hier aus der Ecke. Weil wir hier dann standen. Weißt du? Ich habe irgendwie den Sprung von da, wo wir uns durchgequetscht haben, so in die Mitte des Raumes verpasst. Ich meine, da ist Ada. Nicht nur den Popo gucken. Ja, ich kann halt. Also, was kann ich denn dafür? Ich habe Ada nicht gemacht. Wer hat da geschossen? Das klang gerade wie ein Schuss. War das wirklich meine Seilpistole? Okay, Freunde. Kann man crouchen? War crouchen nicht irgendwas? Also, ich dachte, man kann crouchen. Wer kommt denn auf E? Okay. Oh mein Gott, ich höre die überall schon wieder. Oh, dass die Kamera so hinterher zieht, ist so ganz irritierend für mich. Okay, was war da unten? Korathon, Korathon. Was ist denn mit deinem Herz? Seht ihr, wie krass sneaky ich bin? Das kennt ihr von mir nicht, ne? Krass, oder? Seid ihr stolz? Ich habe sneaken gelernt. Hallo? Hallo? Oh, sagt mir an, wie lange ich noch... Also, wie weit ich noch laufen muss dafür. Also, wow. Please don't turn around. Kommt, ganz ehrlich, sneaken ist echt langweilig, oder? Kommt, das ist wirklich langweilig. Das ist richtig langweilig. Vor allem, wofür habe ich die ganze Muni? Was mache ich denn mit der ganzen Muni? Nehme ich die mit ins Grab, oder was? Kann ich von oben? Gloria, ich heiße Ada. Danke. So, jetzt reicht es aber auch wieder. Also, danach darf ich jetzt wieder schießen, ja? So ein bisschen am Anfang sneaken, damit es weniger Gegner sind. Und dann reicht es wieder. Ganz ehrlich, also, wenn man sneakt, kann man auch auf Ultra spielen. Also, auf Veteran, meine ich. Muss ich da hoch? Kann ich da von da aus... Ach, wo... Ah! Ah, das ist ein Rundgang! Aha! Kann man wer von... Ja, den gibt sie ja lieber Leon. Also, ich meine, als ich Leon gespielt habe, war ich sehr glücklich damit, aber... Ich weiß noch nicht ganz, wo ich hin muss. Oh, ist das hübsch! Magnum. Das ist das für Leon, nicht für mich. Okay, darunter muss ich. Was ist das? Ah, eine Handgranate. Sehr schön. Gefällt mir. Aber dann gehen wir da auch jetzt darunter. Das wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Ich hätte es lassen sollen. Äh, wo ist denn das Katapult? Irgendwo von da. Von da oben? Oh. Wie schalte ich das dann aus? Wie schalte ich dann die Katapulte aus? Na, so nicht. Oh! Aua. Okay. I don't know. Wie schalte ich die denn aus? So nicht. Alles gut. Okay. Ich muss wahrscheinlich hingehen. Hallo, F? F? Hallo! Hallo! Seidpistolenangriff. Sie können die Seidpistole nutzen, um sich an taumelnden Gegner heranzuziehen und dann einen Nahkampfangriff auszuführen. Braue ich nicht. Herr, bleib doch oben! Wo geht die denn schon wieder hin? Muss ich... Freunde, da sind... Da sind so Dinger. Oh Gott, ich erinnere mich dran. Da waren ja so... Die haben ja so Dinger gekriegt, so Auswüchse. Oh. Okay. Haha. Wie geht das nochmal? Alt. Ich seh nix. Kann mal jemand hell machen? Ist das einer? Oh ja. Hab ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Da ist irgendein Filter drauf. Das sieht man... Das ist doch dunkel. Erwischt. Das ist ein Baum. Oh Gott. Ah! Okay, gar kein Problem. Genau, mein Kaliber. Was? Oh! Ah! Ich dachte, er wäre weiter weg! Weg! Ja, weg! Richtig! Dachte ich auch! Hä? Ah! Ah! Okay, okay, alles gut. Alles gut. Ihr seht hier schon viel spannender. Ist das jetzt... Hallo? Ich höre hier einen singen. Wo ist der? Ich höre doch einen! Kumpel? Das hätten wir. Das hätten wir. Oh. Oh, warte, da sind noch mehr. Kommt der jetzt näher, oder? Wo soll der denn sein? Nein. Bleib hier. Das ist wie lustiger. Okay, also die kommen ja eh zu mir, richtig? Können wir die Kanone mitnehmen? Ich wär dafür. Oh, was? Ich schieße einfach mal so, also vorsichtshalber, ja? Da waren welche, das habe ich gesehen. Ja? Glaubt ihr, da lebt noch irgendwo wer? Ich will meine Kanone nicht weglassen. Das ist meine Kanone. Warte, ich hab doch... Das ist jetzt smartes Gameplay, okay? Da ist noch eine Kanone. Da respawnen bestimmt welche. Als ob die Entwicklern sowas nicht gedacht hätten. Als ob die daran nicht gedacht hätten. Die wissen doch, wie die Leute sind. Ich bin nicht dein Herz. Gib mich auf die Eierstöcke. Äh, wie mach ich das jetzt am schlauesten? Okay, wir gehen so lang. Da liegt nämlich Loot. Und zwar ein Stiefelmesser. Äh, wie kam ich jetzt da hin? Ach, da lang, okay. Hab's. Ah, da kommt... Da ist der wahrscheinlich, ne? Du gehst mir so auf... Also du warst wirklich das Problem aller Zeiten. Okay, jetzt sind wir den Rundgang gelaufen. Sehr gut. Was ist das? Äh, ein Baum. Okay. Da stehen doch bestimmt überall Leute, oder? Ich trau dem Frieden nicht. Danke. Hallo. Oh mein Gott, Hund. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Oh. Oh. Jumpscare Hund. Oh mein Gott. Leute, das ist unhöflich. Oh. Oh. Das war mein Hintern. Da schießt einer. Ich weiß zwar nicht, wo. Wo? Wow, der war... Sag mal, wie viel hält denn der aus? Wo schießt denn da einer? Da war ein Explosionsfässer! Ich nehme es nicht persönlich. Ich will laden. Ich will laden. Ich will laden. Doch, weil ich sonst da reinlaufe. Hier ist eine Kanone und ich hätte die alle einfach kanonieren können. Und... Hier ist eine Kanone. Ich bin dabei. Oh. Ich sehe Gegner, ich schieße, wenn ich nicht sehe, dass ich was anderes machen soll. Und die Fässer habe ich nicht gesehen von meiner Position aus. Ii, oh, ii. Es fängt schon wieder an mit den Dingern. Fast geschafft. Toll. Der Huma-Mann ist wieder da. P-Pause. Ja, Kapitel beendet. Ich möchte meinen Fortschritt speichern. Okay, ich darf nur kapitelweise. Schiff, Schreibmaschine. Schade. Aufbewahrung. Okay. Ich stehe auf Nähe. Sightseeing mit Kick. Mit Sprengstoffen. Oh, okay. Also Kanone zählt als Sprengstoff, glaube ich. 72,6% Genauigkeit. Hätte ich die mal bei Overwatch. Da wäre ich aber glücklich. 兩, dünne, tschüss. Dünne, not an sie sonnellen. So gal, ich muss noch Marisi.